Hallo, hier ist die Anja und heute zeige ich dir eine 5-Panel-Karte im Slimline-Design mit der neuen Produktreihe Alle Wetter aus dem nochmal ganz neuen Mini-Katalog 2023. Für die Slimline-Karte schneidest du einen Farbkarton auf 21 x 21 cm zu und falst ihn dann einmal in der Mitte. Das Slimline-Kartenformat ist auch bekannt als DIN Lang und tatsächlich ist es eine der ersten Karten, die ich in dieser Größe mache. Warum erst jetzt, weiß ich selbst nicht so genau, denn es ist ein sehr schönes Kartenformat, mit dem sich ganz tolle Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Für die Panels habe ich als Hintergrund aus diesem Bogen den mittleren Teil rausgeschnitten, denn ich wollte sowohl Blumen als auch Himmel haben. Dieses Stück schneide ich mir jetzt zu auf 3 cm breite Streifen. Dabei ist wichtig, dass du die Reihenfolge der Streifen nicht durcheinander bringst, denn unsere 5 Panels sollen ja fortlaufend das Muster mit den Blumen und den Wolken zeigen. Um die Schrägung der Panels hinzubekommen, müssen wir die Streifen jetzt noch ein bisschen einkürzen, und zwar 1 cm von der Mitte weg jeweils. Dabei ist wichtig, dass du nicht einfach von den Streifen ein Stück wegschneidest, sondern dass du das gleichmäßig auf oben und unten verteilst, weil es sonst mit dem Muster nicht funktioniert. Das heißt, der Streifen rechts von der Mitte, da schneide ich oben und unten einen halben Zentimeter ab, sowohl rechts den Streifen als auch links den von der Mitte, und die beiden äußeren Streifen, da schneide ich oben und unten einen ganzen Zentimeter ab. Hier kannst du jetzt sehen, dass die Streifen nach außen hin immer kürzer werden, aber das Muster erhalten bleibt und sich auf den Panels fortsetzt. Um die Designerpapierstreifen dann ein bisschen vom Kartenhintergrund abzusetzen, matte ich sie mit Farbkarton in Apfelgrün, der nur ein kleines bisschen größer ist als das Designerpapier. Für den Kartenhintergrund habe ich mir aus dem Designerpapier fröhliche Muster. Das ist die große Packung, die du als SAB-Prämie bekommen kannst. Also daraus habe ich mir ein Stück 20,5 x 10 cm zugeschnitten. Ist also ein bisschen kleiner als die Grundkarte und das klebe ich da jetzt auf die Vorderseite drauf, bevor ich die Panels darauf platziere. Bei den fünf Streifen fängst du mit dem mittleren an und platzierst das, klebst das in der Mitte fest. Wie weit du dann die anderen Panels davon entfernt aufklebst, das ist Geschmackssache. Man kann einen größeren Abstand machen oder sie sehr eng zusammen aufkleben. Das musst du dann einfach mal ausprobieren. Und dann eben, wie gesagt, in der Mitte anfangen und nach und nach die äußeren Panels dazukleben. Ein bisschen gucken, dass alles gut ausgerichtet ist. Und schon kann es mit der Vorderseitengestaltung weitergehen. Dazu kannst du dir mit dem Stempelset Motive stempeln und dann mit den passenden Stanzformen ausstanzen. Oder du kannst aus dem Designerpapier ein Motiv auswählen, da passen die Stanzformen genauso gut. Zu der Produktreihe gehören noch die kleinen Gänseblümchen, die kann man auch noch dazu nehmen. Habe ich jetzt aber für meine Karte nicht gemacht. Und stattdessen habe ich mir noch ein paar andere Motive ausgestanzt. Die Texte sind aus dem Set super gesagt. Das gab es in der letzten Celebration. Und ich habe mir die in Memento schwarz gestempelt. Und zwar mit Hilfe des Stamparatus mehrfach übereinander gestempelt, damit es richtig schön dunkel schwarz wird. Diese Texte schneide ich von Hand mit der Schere aus, sodass ich die Kontur ein bisschen nachschneide. Und dann klebe ich die jetzt auf ein Stück Farbkarton in Apfelgrün, den ich wieder als Hintergrund nehmen möchte, wie bei den Streifen. Und ich klebe das zuerst fest, dann kann mir da nichts mehr verrutschen. Und dann schneide ich genauso, wie gerade eben, nochmal mit der Schere um den Text herum und lasse dabei einen kleinen grünen Rand. Und wenn dann alles soweit fertig ist, kannst du dir überlegen, wie du das Ganze auf der Karte platzieren willst und aufkleben willst. Hier kannst du nochmal sehen, dass einige Motive des Designerpapiers ein bisschen glänzend sind. Das sieht ganz toll aus, gibt nochmal so einen zusätzlichen Effekt. Die Brücke und die beiden Grasbüschel, die ich mir noch ausgestanzt habe, die klebe ich in die Karte ein. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man da nicht so ganz leer das Innenteil hat, sondern da auch noch ein bisschen was zusätzlich mit einbaut. Und das ist jetzt in dem Fall diese tolle Brücke. Und damit ist meine Karte dann auch fertig. Du siehst jetzt gleich noch ein paar Bilder von dieser Karte und noch zwei anderen Karten, die ich in der gleichen Technik gemacht habe, damit du da noch ein paar Anregungen bekommst. Die komplette Zutatenliste wie immer auf meinem Blog. Da kannst du alles nochmal nachlesen und vorbereiten und dann die Karte in Ruhe nachbasteln. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.